Oberkommando. Oberkommando, Ende! Sie wissen, was Sie zu tun haben, Katz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Hartmann? Dieser Idiot! Halt und sich den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie wir vorher. Seine Pflicht? Nein! Er war ein Verräter! Einer von uns! Fahren Sie weiter zum Hauptquartier! Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden! Sie reißen sich zusammen, Schröder! Oh mein Gott! Es geht alles den Bach runter! Mensch, Peter! Was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein! Wir sind allein! Bleiben Sie, wo Sie sind! Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät! Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern! Lassen Sie niemanden auf die Brücke! Regen Sie die Position einer Katastrophe! Der Krieg ist umgekehrt! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Verflucht! Es ist sie verrückt! Schnell! Zurück in den Panzer! Zurück in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung schuhen! Was sind die Bestehle, Kommandant? Was sind die Bestehle, Kommandant? Bestätige Treffer! Wir haben's geschafft! Treffer bestätigt! Direkt ins Ziel! Volltreffer! Alles erledigt! Wie geht's, Stefan? Stefan geht gut! Vergewissert euch, dass noch alles funktioniert! Das hier ist noch nicht vorbei! Die werden sicher nochmal angreifen! Alle waren auf ihre Positionen! Ich denke wir sind startklar! Vorsicht! Aschellerie! Wir haben uns markiert! Den Deckung! Schnell! Wir können sie nicht aufhalten! Rückzug! Runter von der Brücke! Schnell! Kerl, aufmachen! Nur die Ruhe! Wir schaffen das schon! Ausatmen! Vergeist zu gehen! Nur die Luftwaffe ist sch 돋رج. Sie haben keine Arbeit! Nöne Baby! Däutetor! 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 Die Luftwaffe! Däutetor! Däutetor! Was ist das? Was ist das? Geh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben, alles, was wir dafür getan haben, es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ihr Freund, aber er ist desertiert. Gemeinsam sind die stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Es waren auch ihre Worte, oder? Nein, schießt! War das nicht so? Just give up, dammit! Ich bin der Fall, ich bin grau! Sie sind zurück in den Panzerschein! Das war's für heute. Nein! 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 Vielen Dank.